Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Tchig Gaming, Flo von am Start. Heute gibt es ein weiteres Video, ein Bonusvideo und zwar zu der Winter League Upgrade SBC. Heute Abend gibt es natürlich wieder 19 Uhr Content, aber das ist an Weihnachten gekommen und zwar die neuen Ligen SBCs. Und ich dachte, wir werden heute und auch die nächsten Tage angreifen, sowohl die Winter League Upgrade SBC als auch die Premium Winter League Upgrade SBC. Heute steht an, die Winter League Upgrade SBC und ich möchte euch durchführen durch die ganze Squad Planning Challenge, wie das Ganze funktioniert, wie es einfach funktioniert. Ja, und euch einfach Tipps und Tricks mit an die Hand geben, denn der eine oder andere hat vielleicht FIFA erst an Weihnachten bekommen und möchte einfach so ein bisschen, ja, ein Erklärvideo haben und dafür ist das heute gedacht. Bevor wir rein starten, sehr, sehr gerne nicht vergessen, Daumen nach oben da zu lassen, um meine tägliche Arbeit zu unterstützen. Nehmt euch kurz die eine Sekunde Zeit, stellt ordentlich den Like-Button, Dankeschön für euren Support. Falls noch Fragen offen sein sollten, nutzt es gerne in den Kommentarbereich und falls ihr komplett neu seid solltet und FIFA feiert, vielleicht FIFA gerade neu seid und ein bisschen Hilfe braucht in Bezug auf SBCs und Co., dann könnt ihr gerne auch hierbleiben. Kostenlos ein Abo da lassen, wäre auf Ehre, natürlich Richtung 60.000 Abonnenten. Dankeschön für euren Support, Freunde. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal ein Winter League Upgrade. Und für die, die schon länger mit am Start sind, die können sich daran erinnern, dass wir das Ganze natürlich auch, all die FIFA-Teile schon mit den Basis- und fortgeschrittenen SBCs gemacht haben. Auch natürlich wieder dieses Jahr. Falls ihr also Lösungen zu den Basis- und fortgeschrittenen SBCs sucht, dann findet ihr die auch hier auf diesem Kanal. Ja, aber jetzt zurück zu den Winter League Upgrades. So, wir fangen heute mal mit dieser Winter League Upgrade SBC an. Wir werden, wenn ihr Bock habt, gerne die letzten Tage noch die Primo Winter League Upgrade SBC abschließen. Und damit gehen wir wirklich von vorne bis hinten alles durch. Ich würde sagen, wir starten aber mal rein. Und zwar ist es am Eisere, diese Winter League Upgrade Challenges für einen Bonus. Ist komplett unendlich wiederholbar. Und jetzt noch knapp oder mehr als drei Wochen da. 22 Tage, wo ich das Ganze hier gerade aufnehme. Das Schöne ist, zeitgleich dazu, und das ist schon mal wichtig zu wissen, gibt es auch die Winter Silber Upgrades und die Winter Bronze Upgrades. So, da kann man reingehen, muss man aber nicht. Ich weiß, es gibt viele, die das eben craften. Ich werde auch nochmal ein separates Craft-Video machen. Ähm, wahrscheinlich Richtung Wochenende hin, wo wir wirklich von Anfang an mit Bronze Pack Methode das Ganze craften. Und dann eben mit den Winter Silber Upgrades, also auch mit den Winter Bronze Upgrades. Da ist die Möglichkeit natürlich auch da, das zu craften. Aber heute wollen wir mal den Fokus generell aufs Abschließen dieser SBC legen. Und deshalb würde ich sagen, starten wir erstmal direkt rein. Also, 22 Tage da. Und was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen die Baden-Zoros und Südamerikaner League in SBC, wenn wir denn so wollen, abschließen. Super League und CSL, dann haben wir Saudi Pro League und Belgische Pro League und der MLS-IFL-Championship. Die erste ist direkt eigentlich die schwierigste. Ähm, Prime Silber-Spieler-Pack in klein gibt es da zurück. Und wir gehen direkt mal rein und schauen uns das gemeinsam an. Also, was müssen wir abgeben? Lieber Baden-Zoros oder Südamerikaner-Spieler? Genau elf. Spieler aus einem Verein? Genau elf. Spielerqualität maximal Silber, mindestens 60 Team-Gesamtwertung. Dann haben wir mindestens 15 Gesamt-Team-Schmie und 12 Spieler im Team sind elf. Wir haben jetzt hier 21 Gesamt-Team-Schmie. Liegt daran, dass viele auf der richtigen Position einmal positioniert sind. Aber ihr seht schon, die sind alle aus einem Verein. Und das ist das Schwierige an dieser ganzen Geschichte. Aber um euch jetzt erstmal direkt die Angst zu nehmen, ihr könnt gerne auch reingehen, wenn ihr jetzt hier auf Liga geht und zum Beispiel dann Lipa da Dores. Ihr seht, guckt mal, wie viele Vereine hier am Start sind. Da sind also endlos Möglichkeiten da. Und dann haben wir unter anderem hier weiter unten die Südamerikaner. Auch da sind viele, viele Vereine am Start. Und insofern kann ich euch da ein bisschen die Angst nehmen. Vereine sind en masse da. Was ihr machen könnt und direkt am Anfang machen solltet, das direkt mal erstmal mit erster Tipp, ist bei den jeweiligen Ligen reingehen. Südamerikaner und Combi-Volipa da Dores. Und dann jeweils eure Vereine mal abchecken, von welchem Verein habt ihr am meisten Spieler im Verein. Bei mir war das jetzt tatsächlich der Fall, dass wir, wer heißt dieser Verein? Garencha, wenn er das so ausfügt wird, der Verein. Davon hatte ich am meisten Spieler im Verein. Den Rest muss ich dazu kaufen. Und ich glaube, ich habe insgesamt jetzt 15.000 noch ausgegeben für den Rest der Karten. Die sind natürlich teuer. Und da kommen wir direkt zum nächsten Quick-Tipp. Falls ihr natürlich gar nicht reingehen wollt in diese Ligen-SPCs, dann nutzt eben diese Bedingungen. Schaut euch die an und geht dann jeweils rein in euren Verein und setzt natürlich alles auf die Transferliste, um eben dann Profit zu machen. Aus den Lippa Dores-Spielern, Südamerikaner-Spielern und so weiter und so fort. Also da könnt ihr auch direkt das Ganze umswitchen und sagen, okay, wenn ich die SPC nicht mache, mache ich zumindest Profit. Und dann habt ihr auf jeden Fall dahingehend natürlich definitiv gewonnen. Ja, also das Nummer 1. Ihr entscheidet erstmal für einen Verein und kauft dann sukzessive, vielleicht noch 5, vielleicht noch 6 dazu. Wenn ihr 11 kaufen solltet, dann würde ich erstmal gucken, dass ihr im Spiel selber irgendwie durch Ziele, Objectives, durch SBCs, irgendwie durch Rewards, Rival Rewards, Foot Champs Rewards irgendwie an Pack-Inhalte kommt, damit euer Verein voll wird. Oder natürlich durch den Grind-Bronze-Pack-Methode. Denn ihr seht auch hier, 60er-Gerated-Squad brauchen wir nur. Und das heißt, High-Rate sind sie nicht. Wir gehen mal kurz durch. Torwart 1-3 gekauft, 1-8 dann hier der Rechtsverteidiger. Erstbesitzer, Unterspar ist er. Und Tauschbar, 1-3 war der Innenverteidiger. Der Duarte ist ein Stürmer, 2-8 hat er mich gekostet. 2.000 Aguilar, 1-3 Acosta. Erstbesitzer hatten wir dann, Massiel hatten wir am Start. Weiter geht es dann, ganz entspannt mit Salinas. Den als Erstbesitzer habe ich auch zum rechten Flügel gemacht, um auf mehr Team-Schmie zu kommen. Dann hatten wir Marin, 1-2, 2-8 in LM. Out of Position, wie gesagt, denn wir brauchen nur 15 Team-Schmie. Also ihr könnt viele Out of Position lassen. Wichtig ist nur, alle aus genau einem Verein. Also genau 11 aus einem Verein. Das muss auf jeden Fall die Bedingung sein. Und das ist wirklich die schwierigste Squad-Bending-Challenge, die erste direkt ansteht. Tipp von mir auch nochmal, für die, die es noch nicht wissen, gerne direkt, wenn ihr das Pack macht. Ich habe jetzt schon alles vorausgefüllt, aber ihr natürlich noch nicht. Ihr fangt an mit der ersten SPC, dann öffnet ihr dieses Pack und dann geht ihr rein in die nächste SPC. Denn hier in diesem Pack können natürlich Spieler drin sein, die ihr eben in den nächsten SPCs wunderbar nutzen könnt. Und ihr seht jetzt hier, französische 1. Liga, spanische 1. Hier ist ein Nippard-A-Dolores-Spieler dabei. Hier ist ein chinesischer, niederländische Liga. Das sind alles Ligen, die wir entweder in der Premium-Winter-League-Upgrade oder in der normalen Winter-Upgrade SPC nutzen können. Insofern gerne reingehen, erstmal die Packs öffnen. Dann Super League CSL. Da gibt es nur ein Gold-Pack zurück, ist aber auch relativ simpel. Wir gehen kurz rein. Super League oder CSL-Spieler. Genau 11. Das heißt, ihr könnt natürlich zum Beispiel, wenn ihr auf eine 15. Teamschmier gekommen seid und dann euch noch Positionen fehlen, die noch leer sind, könnt ihr dann auch swipen und komplett einfach in die andere Liga gehen. Beispielsweise. Denn hier ist es wichtig, Spiele aus einem Verein maximal ein. Das heißt, wir dürfen keinen aus einem Verein doppelt haben. Also beispielsweise, wenn wir der Bundesliga wären oder wir gehen jetzt mal hier als Beispiel, hier dieser Torwart, Sengshen FC, da dürfen wir nur einen draus haben. Also maximal aus einem Verein eben nur einen. Mindestens zwei müssen davon selten sein. Haben wir auch gemacht. 62er-Graden-Squad. Wir haben sogar 69er-Graden-Squad. Kein Problem. Team-Spiel brauchen wir mindestens 15, aber 21 und ein paar Spiele im Team sind 11. So, jetzt fragt ihr euch, okay, warum hat er da Goldkarten abgegeben? Erstmal überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist, wie gesagt, hier, dass ihr 11 unterschiedliche Vereine am Start habt. Ihr seht, ich bin auch nicht in die Super League oder ich habe nicht in die Super League gehen müssen. Bin jetzt komplett mal in der CSL geblieben. Und ja, sobald die 15 Team-Spiel voll waren, habe ich geguckt, okay, was für andere Vereine habe ich noch? und habe das Ganze dementsprechend aufgefüllt. Ihr seht also auch viele wieder out of position. Falls ihr wieder 1 zu 1 nachbauen solltet, gehen wir kurz den Namen durch. Erstbesitzer, Tauschbar, Sang Lu. Dann haben wir Bang Peng, Erstbesitzer. Dann haben wir Li Peng, Erstbesitzer. Ja, ihr seht die Namen. Ich lese jetzt nicht alle vor. Erstbesitzer, Tauschbar. Erstbesitzer, Unterschbar. Erstbesitzer, Unterschbar. Erstbesitzer, Tauschbar. Matthäusch, Erstbesitzer. Also gerne einfach eine Leertaste drücken, falls ihr hier die Namen kurz braucht. Aber ihr seht, bei mir ist alles im Verein. Gewinn natürlich auch da. Damals die Browser-Pack-Methode. Dazu gibt es schon einzelne Videos hier auf dem Kanal. Zur Browser-Pack-Methode blende ich euch nachher in der Endcard ein. Aber hier haben wir auf jeden Fall, ja, viele oder im Endeffekt alle nichts kaufen müssen. Alles im Verein gehabt. Und das ist der Win der Browser-Pack-Methode. Gold Pack holen wir uns da ab. Auch hier wieder der Quick-Tipp. Gerne direkt öffnen das Pack. Das werden wir jetzt hier mal an dieser Stelle natürlich auch wieder machen. Ja, und da ist dann die zweite von vier SBCs natürlich dann zack abgeschlossen. Also, sehr, sehr nice. Sehr, sehr simpel. Gut, Gold Pack erhofft man natürlich nicht, dass da was drin ist. Hier haben wir jetzt aber auch zwei spanische Spieler drin. Die wir dann auch wieder... Und hier, oh, nice. Aber erst Gold. Das war auch das Ding. Ich glaube, wir hatten eben mindestens Maximal-Silber. Eine Maximal-Silber. Das heißt, Goldkarten konnten wir da nicht nutzen. Aber für die Premium-Dinger könnten die wieder interessant werden. Saudi-Pro-League. Belgischer Pro-League. Das ist die dritte SBC, die wir hier abschließen müssen. Und wie der Name schon selbst sagt, also müssen wir einmal in die Arabische Liga gehen oder eben in die Belgische Liga. Hier auch wieder genau elf davon. Maximal ein aus einem Verein. Also das Gleiche wie eben bei der zweiten SBC. Maximal einen aus einem Verein. Keine Doppelung da vertreten haben. Seltene Spieler brauchen wir mindestens zwei. Da haben wir jetzt vier sogar genutzt. Kein Problem. 68er-Gradian-Squad. Wir haben 69er-Gradian-Squad. 15 Teamspielen brauchen wir. Wir haben 18. Und Anzahl der Spieler im Team sind elf. Ja, auch hier seht ihr wieder alle Saudi-League-Spieler. Ich hätte natürlich jetzt auch in die Pro-League gehen können. Ich habe aber genug in der Saudi-League gehabt. Ich kann zum Beispiel am nächsten Run, wenn ich das wiederhole, dann erstmal in die Pro-League gehen. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das könnt ihr swipen, wie ihr wollt. Und auch hier wieder könnt ihr natürlich, sobald ihr die 15 Teamspielen zusammen habt, dann einfach die Liga wieder wechseln. Und zum Beispiel dann in die Pro-League. Oder wie gesagt, die MBS-Pro-League. Ja, auch hier wieder gehen wir kurz durch. Wie sieht das Ganze aus? Viele wieder in der Position selber drin, um an Chemie zu kommen. Und zum anderen natürlich können wieder Out-of-Position welche stehen, weil wir eben dann keine weitere Chemie brauchen. Der Goldene ist hier einmal Marce Grohe, Erstbesitzer, genauso wie auch der Rechtsverteidiger. Wir haben eigentlich alles wieder Erstbesitzer am Start. Ihr seht es komplett. Ihr seht die Namen kurz Dokovic dann als seltenen. Harsan. Wir haben Anders von Taliska, der übrigens, ein kleiner Tipp von mir, sehr, sehr wichtig ist. Der kostet so gut wie gar nichts. Und ja, das wäre nice, wenn ihr den einfach nutzt, denn der bringt euch direkt saftiges Rating. So könnt ihr einige mehr von den Bronze-Karten nutzen. Also hier, kleiner Quick-Tipp von mir. 82er-Gradeter Anders von Taliska immer günstig mitzunehmen und gut für die SBC an Rating zu gewinnen. Primo Gold-Pack, Homo-Star für die dritte SBC. Und auch hier eigentlich relativ einfach wieder die ganze Geschichte, das Ganze abzuschließen. Falls da auch Fragen, wie gesagt, sein sollten in Bezug darauf, dann könnt ihr gerne den Kommentarbereich nutzen. Und ich werde wieder alle Kommentare natürlich lesen. So, hier haben wir jetzt einen Unshadow-Pack. MLS ist vertreten, englische Liga. Da habt ihr natürlich dann auch immer direkt ein Auge drauf und guckt, okay, wie sieht's aus? Was sind das für Karten, die ich ziehe? Kann ich sie vielleicht nutzen? Also klar, können auch wieder Special-Karten sein. Winter, Best-Of ist aktuell in Packs. Also es gibt natürlich einiges in Packs. Winter Wild-Karts, MLS EFL Championship, jetzt die vierte Squad-Building-Challenge. Und da sieht's identisch wieder aus. MLS oder EFL müssen wir hier einmal abgeben. Da bin ich jetzt in beide Ligen gegangen, sowohl in die EFL als auch in die MLS. Wieso, weshalb, zeige ich euch gleich. Maximal dann einen aus einem Verein. Mindestens fünf müssen davon Gold sein. Wir haben sogar sechs genutzt und mindestens sechs seltene. Auch das ist bei uns gegeben. 74er Grandin Squad ist mindestens. Voraussetzung 75er haben wir. Und 15 Teams spielen, wir haben 17. Ja, da komme ich schon als Mikro-Threads. Wie sieht das Ganze jetzt aus und warum ist es simpel? Ganz einfach. Ihr geht hier wieder einfach zum Beispiel in die EFL rein und guckt, okay, habe ich da Goldkarten? Gehe ich in die MLS vielleicht eher? Habe ich da mehr Goldkarten? Also erstmal würde ich sagen, guckt ihr, dass ihr die Goldkarten zusammenbekommt, die fünf. Dann guckt ihr, dass ihr die seltenen zusammenbekommt. Und dann eben gucken, dass eben nur maximal einer aus einem Verein dabei ist. Ihr seht hier, wir haben viele aus der englischen 2. Liga. Ja, und dann hatte ich die Team Schmid zusammen. Und weil ich nicht mehr viele in der englischen 2. Liga hatte, ja, bin ich einfach dann in die MLS gegangen. Weil da kommt auf jeden Fall keine Doppelung der Vereine vor, weil die eben ja gar nicht in der gleichen Liga spielen. Ja, und das ist das Ding. Das ist die Lösung hier bei der ganzen Geschichte. Auch hier übrigens nutzen. Ich zeige es mal gerade an einem Linksverteidiger. Habe ich eben noch nicht erwähnt. Viele haben alternative Positionen. Das auch gerne nutzen. Mal eine alternative Position dann zu nutzen, falls ihr da Teamspielen auch braucht. Ist das sehr, sehr hilfreich. So, gehen wir kurz durch. Wir haben Cruel am Start. Erstbesitzer Tauschbar haben wir dann. Hochwart, Steffen, Erstbesitzer Tauschbar. Alesi, Erstbesitzer Tauschbar. Hollingshead, Erstbesitzer. Westwood, Saar haben wir dann. Dann haben wir Clark. Wir haben Flemming. Dann haben wir Rui Diaz. Und wir haben Martinez vorne drin. Also, zwei Erstbesitzer Untradables. Kein Problem, die abzugeben aus der MLS. Sehr, sehr einfach. Gibt uns direkt zwei Goldene, zwei Seltene. Und das ist ein Big Win auf jeden Fall. Und auch das geben wir ab für ein Premium-Mission-Spieler-Pack. Und haben damit vier von vier SPCs ready gemacht. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr einfach. Und Weed and Link Upgrade haben wir jetzt das erste Mal hier auf der Road to Glory abgeschlossen. Nehmen das seltene Gold-Spieler-Pack mit. Und das Nice ist, dass aktuell natürlich in den Objectives noch was zum Holen ist. Das ist das sehr, sehr Geile an der ganzen Geschichte. Wir gehen zu den Zielen und da sehen wir das Winter-League-SPC-Abschluss 1. Wir nehmen also noch ein seltenes Gold-Spieler-Set in Klein mit. Also besser geht's gar nicht. Und je mehr man das abschließen kann, könnt ihr dann auch komplett hier diese Objective-Geschichte abschließen. Ihr seht das, jeweils fünfmal zu machen. Also, da könnt ihr dann nochmal Bonus-Packs euch sichern. Natürlich auch hilfreich. Ohne wenn und aber eben für die Winter-League-Upgrade-SPCs und das jeweilige Craften. Seltenes Gold-Spieler-Pack in Klein. Also jetzt doppelt zum Öffnen. Einmal aus den Rewards, einmal aus den Zielen. Und wir haben Argentinien, wir haben Linksverteidiger und einen saftigen Acuna. Ja, 85er-Rating, gutes SPC-Futter. Den nehmen wir definitiv gerne mit. Und ihr seht hier, Oscar eben abgegeben. Nehmen wir gerne zurück an. Wir haben Lieber der Nodels-Karte mit drin gehabt. Auch da wieder SPC-Futter. So, jetzt hätte ich es fast vergessen. Das Premium-Gemischte-Spieler-Pack steht natürlich auch noch an. Das quetschen wir kurz nochmal dazwischen. Ah, da haben wir England. Und was haben wir noch drin, Freunde? Ja, das ist wieder bestes Beispiel. Also hier seht ihr es. Zwei eben aus der Südamerikaner-Geschichte. Ja, also das ist das, was man haben will. Eben Liegenspieler eben dann aus diesen Packs ziehen. Besser geht es nicht. Wenn schon keine Special-Karte, dann zumindest sowas. Sehr, sehr nice. Und seltenes Gold-Spiel Nummer 2. Keine Special-Karte bis jetzt gezogen. Da bin ich mal gespannt, was da bei der Premium-SPC um der Ecke kommt. Und Ruben Neves wird es. 83er. Und drei Duplikate, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Und wir haben den ersten Run gemacht. Falls ihr das Ganze mit dem Craften sehen wollt. Oder zum Beispiel natürlich die Winter. Wir gehen nochmal kurz rein in die SPCs, Freunde. Da zeige ich euch nochmal kurz was. Und zwar entweder die Premium-Winter-League-Upgrades. Falls ihr die auch sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann weiß Bescheid, dass wir die auch auf jeden Fall gemeinsam angreifen. Und wenn ihr natürlich, wie gesagt, den Craft sehen wollt. Mit Winter-Silver-Upgrades, auch den Bronze-Upgrades. Und natürlich der Bronsenbeck-Methode. Falls ihr euch das zeigen soll, lasst mich das gerne wissen. In den Kommentaren oder mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann sehr, sehr gerne. Heute Abend zum 19.00 Uhr-Content wieder oder im nächsten Video. Schaltet ein, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.